Nach dem Nations League Spiel von Dänemark gegen Österreich im Wiener Ernst-Happel-Stadion kam es nach Abpfiff des Spiels zu echt kuriosen Szenen und ihr habt es schon im Titel gesehen und ich zeige euch jetzt auch hier die Bilder, wie die Dänemark-Spieler einfach ein Loch begutachten und zwar ist es ein 20 cm tiefes Loch, das sich einfach gebildet hat. Doch wie kam es überhaupt dazu? Also der Rasen wurde dann auf jeden Fall untersucht und zwar kam man dann zu der Erkenntnis, dass das Loch vermutlich eine Folge der starken Regenfälle in der Nacht zuvor war und dadurch kam es dann wohl zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels durch den nahen Fluss und damit zu der Bildung des Hohlraumes im Rasen. Auf jeden Fall krass, dass das Ganze dann erst nach Spielende aufgetreten ist, also beim Spiel war noch alles normal und erst nach Spielende wurde das Loch dann sichtbar quasi. Stellt euch einfach mal vor irgendwie, jemand wäre am Mittelkreis während des Spiel läuft gelaufen und wäre einfach plötzlich mit dem Fuß, wäre einfach das Loch durchgebrochen und der würde mit dem Fuß im Rasen stecken. Das hätte auf jeden Fall für noch kuriosere Szenen gesorgt. Auf jeden Fall stand jetzt auf der Kippe, ob das Spiel von Frankreich gegen Österreich jetzt am Freitag, das im gleichen Stadion stattfinden soll, stattfinden kann, aber auf jeden Fall, hier ich zeige euch die Bilder, wie die Arbeiter das Loch repariert haben, also das Loch ist behoben und auch der restliche Rasen wurde überprüft, ob da noch mehr Hohlstellen sich gebildet haben, aber es sieht alles gut aus und jetzt wurde es auch von der UEFA freigegeben, dass das Spiel stattfinden kann und das war ja nicht mal das Einzige, was so bei dem Spiel schief gelaufen ist, auch wenn das jetzt erst nach Abpfiff aufgetaucht ist und zwar wurde das Spiel einfach eineinhalb Stunden verschoben wegen einem Stromausfall. Das ist auch die Seltenheit, vor allem, dass es dann so lange dauert. Zum Spiel, ich habe es mir angeschaut, war auf jeden Fall recht unterhaltsam und ich muss einfach mal sagen, wie krass ist bitte Heuberg gegen Frankreich schon getroffen, jetzt auch getroffen, aber auch abseits von den Toren war das wirklich eine starke Sechserleistung, die der da für Dänemark gezeigt hat. Lasst mich auf jeden Fall gerne mal wissen, was ihr von dem Loch im Rasen denkt und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video, haut rein und ciao.